Ja und herzlich willkommen zurück zu Radio Not der Kampagne. Weiter geht's mit dem neuesten Auftrag. Das letzte Mal lief es da ziemlich gut. Heute haben wir einen Callout. Und das wäre nämlich der hier. Kawa Yuastrand, das Ende der Welt. Die Map kenne ich noch gar nicht. Tageszeit 14.25, Windy Coast Drive, Kawa Yu. Das LSPD hat einen Hinweis erhalten, dass in einem Haus an der Küste eine Familie lebt, die halbautomatische Waffen zu vollautomatischen Waffen umbaut. Sie verkaufen ihre Waffen auch dort. Und wir können hier zwei Einstiegspunkte ausführen, Strand oder Strasse. Machen wir aber gleich, nachdem wir die Map angesehen haben. Und hören uns erstmal an, um was es wirklich geht. Okay, okay, everyone, take a seat. Here's what we've got. We've got an interesting one on our hands. The faces you see on your tablets are the Tram Brothers. They come from a normal family up in Kawa Yu. I know it's not our usual hunt, but we've got an arrest warrant for all three. An ongoing operation watching a car dealership in North Hills, which is a front for a weapon modification ring. We've got two guys on the inside at the dealership, and they noted that a lot of really interesting equipment is coming into the shop and being collected by Tao Tran. These parts are not your run-of-the-mill car parts either. We're talking about everything you need to convert a semi-automatic into a machine gun. These Tram boys are in above their heads and swimming in dangerous waters. The intel we got from inside the dealership is linking back to some large and very dangerous names. These boys don't know what they've gotten themselves into. What are we looking for in the house? I'm getting to that. Their eldest, An, is a mechanical engineer. They are getting the weapons from somewhere. He's modifying them in the attic with parts he orders from his North Hills dealership. We don't have the confirmation, but I suspect they are selling them through it too. Things are a little complicated, though. The boys live at home still. Their parents are older and retired. The boys' mom, Hugh Nguyen, is dying. She's got stage 4 lung cancer. She's the one who called us and gave us the information. Turns out they are struggling for money and can't afford her medical care. Her sons turned their hand to this as a means of getting enough cash to pay for her treatment and help get their dad out of debt. Shit. Yeah. And she's bed-bound in the house. So when we get in there, we need to move quickly but carefully. I want a small team on the inside with two teams waiting on sides 1 and 3 just in case things go south in a hurry. These boys are going to be armed, but I want to avoid a gunfight if we can do so. The parents will be home, and we have nothing tying them to the guns. But we need to clear that house, mom included. We'll have an RA on the scene to assist. We need to get into that attic and secure as much as we can. We need the trans to be taken in so we can learn more about what they are doing and who they are doing it for. Any questions? Any issues? Anything that's been missed? Great. Good luck out there. And stay safe. Okay. Das wird etwas schwieriger werden. Wir haben hier die Trans. Drei Brüder. Anne, Andy Tran, Tao, Tom Tran. Einer der ältesten Sohn der Familie und wahrscheinlich für die Organisation ihrer kriminellen Aktivitäten verantwortlich. Tao, Tom, Tan ist ein wichtiger Teil des Prozesses, aber hat die Tendenz zu viel zu reden. Es führt auch dazu, dass er die Situation der Jungs vor den neugierigen Augen der LSBD preisgegeben hat. So wichtiger Mann, den dürfen wir nicht schiessen. Vini ist der jüngste Bruder, der in Los Suenos Waffen schiebt. Wie es scheint, hat er die Lage noch nicht wirklich verstanden. Diego Perez hat einen guten Stand bei der Familie Tran. Perez' Familie hatte selbst mit finanziellen Problemen zu kämpfen und er hat das Pflichtbewusstsein des Trans geerbt. Es sind eigentlich vier Leute, die wir festnehmen müssen. Die anderen sind zu Hause in Rente. Die Mutter hat Lundkrebs, also eher nicht unbedingt in Gas reingehen, Lundkrebs und Gas verträgt sich vielleicht nicht unbedingt so gut. Das Ganze machen sie wegen finanzieller Notlage für die medizinische Versorgung der Mutter. und die Wirkstatt könnte auf dem Dachboden sein. Wir müssen das Haus räumen, inklusive Mutter und möglichst ohne Schuss wechseln. Okay, könnte er schwierig werden. Peter Tran Peter ist der Vater der Tran-Jungen. Er ist sich ihrer Handlung bewusst, er kennt aber die finanzielle Unterstützung an, die sie der Familie bringen. Er schämt sich zu tief für sie und auch für sich selbst. Peter ist Anfang 70, hat dünnes graues Haar und eine aufwegekahle Stelle auf dem Scheitel. Nguyen Hugh ist die liebevolle Mutter der Tran-Jungen. Sie wird von ihnen als sehr liebevoll angesehen und sie sehen in ihr eine starke, mutige Person. Es könnte schwierig werden. Eigentlich vier Verdächtige mit Waffen. Zwei. Eine Bethlehemkrieg. Also eigentlich ungefährlich. Der Vater, ja, wer weiss, wenn er die finanziellen Mittel anerkannt, könnte er auch vielleicht gegen die Polizei sein. Also möglicherweise fünf Leute mit Waffen. Webseite, Werbung, online vertriebene Waffenteile, Krankenakte, Krankenhausunterlagen von Hugh Nugend. Hugh Nugend, Hugh Nugend. 9-1-1, das Telefon wird rekordiert. Was ist deine Erdnissung? Oh, ja. Ich habe einen, aber ich denke, ich muss jemanden zu 1-2-8 Windy Coast Drive in Kauaiu. Sir, wenn Sie keine Erdnissung, ich werde es zu fragen, Sie haben ihn. Fine, aber bitte, dass Sie das durchführen. Someone ist Modifying und Selling Illegal Weapons durch das address. 1-2-8 Windy Coast Drive in Kauaiu. Sie müssen jemanden zu checken. Kann ich Sie nennen, bitte, Sir? Nein, Sie müssen jemanden zu das address. Das will teach ihm. Sir? Oh, fuck. Okay, okay, everyone, take a seat. Here's what we've got. Okay, das könnte Tau sein, der uns eben angerufen hat. Ja, gut. Grundriss des Hauses. Hugh. Also hier könnte, hier liegt die Mutter. Möglicherweise. Ground Floor, hier Entry Point und hier Entry Point. Sieht ziemlich verwinkelt aus, irgendwie. Current Entry Point, Strasse. Eben Strasse, oder was gibt's? Strasse, oder Strand. Da der Strand wahrscheinlich eher unterhalb des Hauses liegt, würde ich die Strasse bevorzugen. Okay, dann rüste ich kurz mein Team aus und wir sind uns gleich wieder beim Ansatzort. Bis gleich. All right, da sind wir nun also. Ich hab versucht, ein bisschen auf nicht tödlich zu gehen. Ich hab' ne Pepper Ball Gun. Jemand hat ne MP, also tödlich, was ist doch, aus dem Kontrollgerät. Zwei Beanbags und eigentlich nochmal ne Pepper Ball Gun. Ich hab den Opti-Wand dabei, ne Türrahmen, Türöffnung, Schrotflinte und zwei Granatenwerper für Stinger und Flashbangs. Und das ist, glaube ich, jetzt das blaue, das rote Team. Ja, das rote Team hab ich mal andere Helme gegeben, dass ich sie besser auseinanderhalten kann. Ich hoffe, das bringt mir was. Und wir haben jetzt hier in die Villa oder das Gebäude. Und ich hör' schon jemanden. Okay, offene Tür oben und links ist auch ne Tür. Fängt schon gut an. Das rote Team kommt mit mir mit. Wir müssen ziemlich aufpassen. Okay, die haben hier... fack, 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 fack. Move and clear. Acknowledge. Provide support on me. Okay. Okay. Okay, wir gehen hier zu schnell voran. Kein Suspect secured. Aber was bringen wir das jetzt? Wir sind hier mitten hinten drin. Wir müssen wieder nach vorne kommen mit. Das ist einfach zu... Tür aufgeschlossen. Kann ich die Tür schließen? Komm weg da. Ach, fucking hell. Fall in. On your six. Bitte mal kurz ein Tür stopper. Okay, hier sieht man nix. Hat jemand jetzt hier die Tür? Jam doch die fucking Tür. All right. Kann ich zuerst durchschauen? Okay, das geht direkt ins Haus hinein. Aber das ich niemanden... Ich würde vielleicht eher erstmal eine Premise außen sichern wollen. Und für das gehen wir hier außen lang. Provide support an mir. Das ist eine Garage die offen ist. Wir müssen auch aufpassen auf die Fenster. Okay. Oh shit! No! Da war gerade einer mit der Waffe. Ich... hab vielleicht ein bisschen überragiert. Oh shit! Okay, that is vielleicht dead. können wir hier die Tür bitte... No, 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 no! Jam that door. Door jamming, please. Warte, ich sichere dich auf die Seite hier. Das wäre jetzt doof, ich weiss nicht, wer das genau war. Ich muss gut schauen. kein Zivilist zumindest. Also, ja, war ja eigentlich klar. Okay, hier auch. Door retten. Schau mal hier runter. Ich glaube, da waren wir schon auf der anderen Seite. Okay, aus der Garage sollte niemand kommen. Von vorne auch nicht. Hier geht's auch direkt ins Haus hinein. Wie ziemlich verwinkelt alles aus. Was ein bisschen doof ist. Okay, und hier wäre der andere Eintrittspunkt. Oh, nice. Sieht schön aus hier. Andere Eintrittspunkt gewesen. Frage ist, geht's hier unten irgendwo lang? Nee. Echt schön. Wenn jemand kommen sollte, dann eher vom Gartenhaus oder von vorne herum. Ja, ich weiss nicht. Was ist jetzt schlauer? Welcher Weg? Wir haben ja kurz eine Karte. Ehm, Karte. Sind, glaube ich, was sind wir jetzt? Entry, second floor. Pace your shit, balcony. Ach, wir sind hier neben der Garage. Hier gibt's einen Entry Point, der ist scheisse. Also, da sind drei Räume. Eigentlich zwei Räume. Könnten wir so sichern. Aussen sollte eigentlich safe sein, wenn niemand rausgerannt ist. Und von dieser Seite her geht's nach oben. Könnten wir eigentlich so durch das Haus gehen. Ja, dann nehmen wir diesen Entry Point hier. Ich schau noch mal unten durch. Entweder von oben oder rechts kann niemand kommen. Da ist die Garage. Ich würde sagen, wir stacken uns hier ab. Ich glaube, die sind oben. Dann öffnen wir die Tür und erstmal eine Blendgranate rein. Ich verstehe nicht, wie wir es mit dem Haus spielen. Oh, shit, 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 shit. Das ist der Vater. Holy bin ich Ich habe mich schon sterben sehen. Ich habe mich echt schon sterben sehen. Okay, da sind die anderen zwei Red Team. Okay, das ist Vater. Oh, fuck, 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 fuck. Get down and keep your hands up. Hands up, drop to your knees. Put him down to Kem Lake. Police, don't move. up. Oh, shit, 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 oh, fuck, 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 hands up, above your head. Move there, don't get up. Ich schütz dich. Komm, geh mal hier rein. Okay, ich kann ruhig kurz mal dort bleiben. Ist gut. Können wir kurz mal hier ersichern. Jemand sollte allerdings... Geh nach vorne. Auf der Weg. Schau da. Ich habe es. Gut. Hände auf der Hände! Geh! Daumen läuft auf jeden Fall noch jemand. Lass mich die Hände sehen. Es ist nicht wert für deine Leben! Shit, shit, shit! Keine Muni mehr! Flash raus! Können wir bitte eine Stinger einsetzen? Give me a Stinger. Stinger! Wow, nicer Shot. Danke dafür. Glauben ist gefährlich. Ah, ich will zuhren. Wie mies. Lass mal kurz hier die Tür. Okay, da draussen ist alles immer noch safe, ne? Ja. Doch. Okay, zweiter Stock hat mindestens noch eine Person. Die uns da Sorgen bereitet. Die uns da Sorgen bereitet. Unten sollte hier alles safe sein. Das ist der Garten. Da ist alles safe. Okay, ich glaube wir haben noch... Das ist eins, zwei. Eins, zwei, drei. Okay. Okay, ich glaube noch eine Person höchstens. Den... Den... Den Vater haben wir hier schon. Sollte wirklich eigentlich nur noch die Person oben sein. Geht auf den Garten, jetzt! Da geht's in die Garage. Ist natürlich doof, dass wir jetzt kein Shield haben. Hm? Richtig, vielleicht eher nicht. Hands up! Do it now! Down on the ground! Chemlight. Okay, Chemlight. Down on the ground! Move! Da ist alles safe. Rechts haben wir eine Person. There. Heading out now. Dropping a Chemlight. Hands on your head! Do it now! Okay. Fuck. Ehr... Ehr... Keep an eye on it! All right! Provide Cover. I'm going. Komm mit mir! Komm mit mir! Over there! On the move. Nein, 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 nicht so weit! Du kannst, äh, da fokussieren. Nein, nein, nein! Ist eigentlich schon cool, dass man die alle so, äh... Weißt du was? Search kurzen Raum hier. Okay. Haben wir hier mindestens drei Räume. Vier Räume. Okay, einer kommt mit mir mit. Hier ist alles safe. Okay, das geht noch nach oben. Shit. Geh da! Ich gehe jetzt raus. Hör mich! Hör mich! Okay, ist das die Mutter? Ich glaub's. Ein Red Team mit mir? Bleib auf mich! 106. Hör deine Hände auf! Okay, schön gepokert hier, ne? Irgendwelche wichtigen... How much do you need? 1000 Dollar. Trinity Six. Nichts Spannendes hier drinnen. Höchstens vielleicht der Schrank. Der Schrank. Aber das ist leer. Blue Team. Provide cover. There! Move! Cover my movement. Put your fucking hands up! Arrest her! I got it. Get down! I want to see hands! I'm not gonna leave you. Must be cancer. One restraint. Compliance. Element. Es ist cancer. Civilian is secured. Viel better soon. Die Mutter haben wir. Ist doch alles gut bisher? Alright. Nur noch der Dachboden. Ähm, wie machen wir das ein bisschen? Post up and cover. Infirm. In the way, chief. Police! Get down! Schmeiß man da einfach neid rein. Move in and clear it. Moving in! Hands up! Down on the ground! Hands up above your head! Restraining. Arresting. Check in the closet. Ja, dann sind's doch mehr als fünf Leute. Vier Leute. Fünf Leute. Police! Hands up! To entry team. Suspecting over here. Tyler's inbound. Good to go. Block that door. I'm gonna jam it. Fuck. Dann sind's eben doch mehr als fünf. Mehr als die fünf. Das ist ein bisschen doof. In the way, chief. Blendgranate sichern. Ähm, Blendgranate sichern. Ich wechsle mal wieder hier drauf. Na? Habe ich keine Blendschutzbrille? Schussbrille? Okay, I'll save. Ich drücke tausend verschiedene Tasten, aber nicht die richtige. Junge! So. Okay. Suchen und sichern. Suchen und sichern. Check in the bed. Check in the bed. Hier gibt's etwas. Evidence. Sehr wichtig. 3D-Printer. Um Waffen aufzumutzen. Beginn zu suchen. Secure any contacts. Ist das noch irgendwas? Krass. Hier oben wahrscheinlich nix. Was sonst noch wichtig ist. Ich glaube zwei sind downed. Vier arrested. Wenn ich richtig bin. suchen. Search the room for contacts. Doing it. So, ja, eigentlich wäre besser für... Evidence. Alles grün. Waffenmanufaktur lokalisieren. On me. Right with you. Wird irgendwo noch Evidence haben? Wie wichtig ist? Search and secure the area. Ja. Hier sieht's halt auch irgendwie noch so aus, als ob das hier... Well. This is... cheaper than... a therapist. I guess. I would like to talk about a business to one anyway. Tal came back from an auction today, with a bruise on his eye. Apparently some asshole... didn't like his all-or-nothing approach to bidding. Or his... smart mouth. Took so damn long... to convince him of my idea... Start a search. No problem. Use that driver... of his for a greater purpose. To save our family. I... I couldn't do it without Tal. But I... I worry about him. He's fierce and... You won't take no for an answer. So, wenn so eine Spielkonsole aussehen würde, würde ich die sofort kaufen. Die sieht ja nice aus. Okay, Waffen verkaufen und auch... Ähm... Wie heisst das nochmal? Search and secure. Copy. Casino-mäßig Geld verdienen. In der Hoffnung um auch so... An Geld ranzukommen. How to see here... Quarter Master 3D. Aha, device. The most common automatic conversion device. Transforses a semi-automatic gun into... Into a weapon capable of emptying an entire magazine With a single pull of trigger. Aha. So, das würde ich eigentlich als wichtig... Sehen aber... Offensichtlich nicht. Dass wir das irgendwie... Mitteilen müssen. Ich glaube wir haben hier alles. Aber ich möchte trotzdem eben das Haus nochmal kurz durchsuchen. In der Hoffnung, dass wir doch irgendwas übersehen haben. Hm, nicht so schön. Das ist ein bisschen sehr dreckig. Kim, light out. Hier gibt's glaube ich auch nichts. Wir könnten nochmal in den Raum gannen, wo die anderen zwei waren. Gibt's hier noch irgendwas... Wichtiges? Deco Lab? PC zum Beispiel? Nee. Wollen wir nochmals in der Garage schauen. Ansonsten war's das dann für diese Folge. Ja. Zwei down. Vier... Haben wir glaube ich arrested. Ist eigentlich ne gute Quote. Wenn man es sonst so anders von mir kennt. Gut, ja. Schöne Map. Bin ich gut. Und spannend vor allem, weil es ebenso unübersichtlich ist und viele Ecken und Kanten hat. Wo sich Leute verschicken könnten. Hat Spass gemacht. Und wir sind fertig mit diesem Callout. Schauen wir mal, wie es ausging. Schauen wir mal, wie es ausging. Welche Note wir bekommen. The abducted. Eins von vier. Soft Objects. Objectives. Soft Objectives. Ah. Was wäre jetzt das Soft Objective gewesen? Wenn vielleicht niemand gestorben wäre, also niemand tödlich festgenommen wurde. Vielleicht das. Ich habe in letzter Zeit ein paar besorgniserregende Dinge gehört und stelle fest, dass die Öffentlichkeit so nahmend negativ über das LSBD denkt. Ich wollte nur mal nachhören, wie Sie damit zurecht kommen. Denken Sie daran, sich zwischen den Einsätzen eine Auszeitung und Energie zu tanken. Wir sind alle zufrieden. Daher lief der Aufstieg ganz gut. Und damit zurück ins Hauptquartier. Irgendwas Neues. Sie haben Polar Expeditionsruhr freigeschaltet. Neuer Einsatz. Officer Wong wieder in Dienst. Officer Brown hat die Eigenschaft Ausstandsbekämpfung freigeschaltet. Officer Robinson ist wieder Webeck im Dienst. Und Lopez auch. Sind noch gute Neuigkeiten. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge von Radio or Not. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, are you ready? So, are you ready?